servus und herzlich willkommen weiter geht's mit minecraft captive und zwar ist der fehler in der letzten folge mit einem kaktus gestorben er hat immer noch schlechte laune ich habe versucht ihn ein bisschen aufzumuntern es hat nichts geholfen wir versuchen es aber in der folge ihn wieder glücklich zu machen vielleicht findet er ja noch einen kürbis kaktus kürbis weil ich wegen diesen kürbiskern gestorben so er stimmt so gierig war richtiger gierschlund mit nichts zufrieden da findet er einen kaktus und dann will aber noch mehr ja dann denke ich so boah ist bestimmt noch mehr versteckt was ist das da oben das bestimmt was wir brauchen ja dann nix dann pustekuchen ich bin hier fleißig am abbauen ich habe schon ganz viel eisen gefunden ich bin halt produktiv der phil ist ja so der jolo boy macht halt so team jolo swag team jolo swag richtig swagig am sein ich habe echt schon richtig viel eisen gefarmt guck mal wir haben schon 30 eisen du könntest mal ein bisschen holz mit runter bringen noch ja ich gehe jetzt auch jetzt mal eine runde holz fahren weil wir haben hier unten eichensatzlinge aber ich will wer mir und keine er deswegen kann ich hier keinen eichensatzling anbauen leider wer aber witzig auch das länge glaube ich ne euro so wird es näher ich glaube auf mich wird geschossen was doch hier sind auch 36 wir haben richtig viele jetzt brauche ich dich ab du kleine werkbank die los fledermäuse geht weg ich will hier bauen aber hier nicht auch erne nur 3 4 5 slots für so bäume was meinst du mit 45 slots ja so erzblöcke ja das muss doch das reicht ja wohl oder nicht so lücken mit sand sieht ich mal eben wieder auf ich weiß nicht was hier unten ist und es nichts ist aber dann kann ja auch keiner hochkommt euch das wieder ab kann ja auch keiner hoch ich bin gemein ich bin gemein so werkbank du kommst hierhin so schön schön ist es hier in meinem kleinen räumchen so das kann da rein die brauche ich nicht ja doch die könnte ich brauchen das brauche ich nicht das brauche ich nicht schwarze brauche ich nicht apfel könnte ich essen warum habe ich einmal dabei naja ich weiß warum wegen letztem mal du weißt das war nicht so dringend weil ich doch da die wasserquelle etwas weiter unten gemacht habe damit wasser brauchen weiß damit das dann fertig ist für uns an der ständ du verstehst was ich meine aber ich könnte hier mal die hälfte nehmen wir brauchen auch nur dieses weizen getreide warum fragst du so könnte man stattdessen die erdblöcke nehmen und noch zwei drei bäume mehr pflanzen so ja keine ahnung andererseits wir haben auch eigentlich echt viel holz ja wir haben richtig viel holz eigentlich richtig viel holz haben wir richtig viel letztlich haben wir auch 58 stücke so jetzt aber wieder raus hier wachs los richtiger monster baum raus geworden boom los wachse ich war gerade voll überrascht dass ich auf einmal einen grünen stein gefunden hat da ist das ist ja nur smaragd ist ja voll billow ein grüner stein mein gottes ist ein grüner stein und kann aus smaragden keinen grünen farbstoff machen war sehr cool davon haben wir so viel ja warum geht das nicht starni warum ist das nicht möglich denn 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 gold soll soll es nein meine achse ist kaputt nein das ist mit der hand her der geht einfach an mir vorbei der kollege ich werde angerufen ich kann leider nicht rangehen ich bin in einer aufnahme es tut mir leid gut es ist auf leise gestellt ja nice ne ja der und 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 sorry dafür freunde aber das passiert halt ne ach das reicht genug was abgebaut hier ist so viel sand warum ist hier überhaupt so viel sand ich mache mal direkt ein paar neue wasser holz brauchst du bretter stöcke bretter ich habe gerade einen fall schuss gehört ich bin ängstlich jetzt mache ich sonst noch richtig viele neue suppen weil immer wenn ich sterbe sterbe ich auch mal mit so 8 9 suppenschüsseln dabei perfekt haben wir nicht eine leine will sich eine kuh einfach mit runter bringen boah wie stressig das wäre Okay ich habe holz 26 26 Das sind das die holzstecks auf kathos Beste folge eu west Ich habe auch 20 suppen dabei Was Das ist so geil die zombies die spawnen irgendwo über uns Fallen runter und fallen runter und sind sofort tot Können wir uns voll die mobfarm bauen Braucht man das hier in dem projekt Ach ne Is it necessary Ist halt echt die frage was versteckt sich da noch überall In diesen ganzen Ja es gibt noch richtig viel glaube ich irgendwie Ist halt noch so viel stein Waren immer diese fledermäuse Gold 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 okay Ähm Jetzt ein Ich weiß es nicht mehr Ich auch nicht Wir müssen mal gucken ob wir Äh schon in diesen Komischen raum rein können weißt du den wir da einmal gesehen haben Ähm Mit so einem portal oder so Ich glaube das ist halt Achso ja Äh oh mein gott Wir müssen doch dieses ende Auge machen oder nicht Das ist das ist Ja aber ich glaube das was wir da einmal gesehen haben Das war glaube ich schon das portal ins ende sozusagen Welches portal denn Wir haben mal so einen raum gefunden Wo äh Du auch dann mal irgendwie gesehen hast Wo ich gesagt habe ja dann wollte ich dir schon mal zeigen Äh Wo so flieh Achso so Wo moste ziegelsteine waren mit silberfischen und so einem scheiß Achso da Stimmt Ja und da ist glaube ich da geht es halt so hoch in der Mitte ist dann wie so ein portal Da springst du rein dann bist du ja im ende Okay Da müssen wir halt den ender dragon besiegen aber da bin ich glaube ich viel zu schlecht für Ich weiß gar nicht wie das geht Ich baue hier einfach komplett Wo bist du denn nach da Ja ich baue mir so einen Weg hier hoch Wo komme ich denn hier raus Achso okay Ich suche die ganze Zeit den Ausstieg und denke mir so hä Wie komme ich da hin Ich baue mich jetzt zu dir durch einfach Ja ich versuche einfach hier mich durchzubauen und Sachen zu finden so Ah Ich habe keine Ahnung ob das Sinn macht Wo bist du hoch gekommen? Wie komme ich runter? Einfach da runter laufen im Weg Perfekt Ja ich glaube aber Wo 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 Ne hier sind wir schon zu hoch ich glaube hier finden wir keine Diamanten mehr oder so Ja ich wollte mich halt mal an diesem Weil irgendwo muss der Lava Fluss hier ja eine Quelle haben Da wollte ich mal hin Da wollte ich mal hin So und Oh was ist das denn? Hast du ein Haus gebaut hier? Ja Geil Haben nur so ein Billow Haus einfach schon hin Oh aber kein Eisen mehr Ah doch Eisen Boah klar Boah Oh was? Okay dann tue ich doch mal ein paar Suppen rein Hier Ich bin ein richtiger Eisenboy Hmm Hmm Holz Mit da rein Kohle 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 Okay Ähm Ja Ne Ja ich bin weiter hier fleißig am Ich suche einfach Ich baue mich einfach hoch Vielleicht finde ich ja auch ein Kaktus Ich baue mal ein Schwert Brauchst du auch eins? Ne ich habe ein Diamantschwert Boah stimmt du hast eins ja noch Du schläfst ja nicht jede Folge wie ich Genau Bin ja nicht so ein Otto Hast du eine Rüstung? Du hast auch noch deine Dia Rüstung ne? Komplett Boah man Du hast einfach alles noch Machen wir jetzt eine Eisen Rüstung So wo ist der Fluss? Boah Boah Ich baue mich einfach Komplett genau über der Quelle Über der Quelle away So ob das einfach so Und hier eine Quelle ist Wie das aussieht Einfach so Ähm Wir fahren jetzt auch einfach von drauf los Hier ist ein Gold Gold, Mold Ist einfach so hier eine Quelle am Start Einfach so Ja gut dann haben wir das Rätsel jetzt hier auch gelöst Gehen wir einfach mal wieder runter oder ich baue mich jetzt hier rüber Ach hier ist jetzt wieder die Leiter Okay perfekt Stimmt es Hey Ach da bist du Stimmt Alles klar Hier ist Eisen Geil Perfekt Ich will jetzt mal gucken Boah ich höre jetzt auch überall die ganze Zeit noch Boah hier ist ein Monster Boah was geht denn hier hinter für eine Party Guck mal Wo bist du? Guck mal hoch Wo Ja ja das habe ich schon Ja Das habe ich letztes Mal schon gesehen Da gibt es mehrere Da gibt es mehrere so Löcher Woah 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 Alter Richtiger Camper Hier das Skelett Liegt da dahinter Und sobald ich das aufmache Drückt der direkt ab Haha Nein 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 Oh mein Gott Was machst du? Lass doch einfach das Loch zu Nein Ok es geht ja es geht ja es geht ja es geht ja Nein es geht nicht es geht nicht Das ist halt PVP PVP ist halt an Wenn ich jetzt hochkomme und die bangen will Ohhhhh Ok sind fast alle tot glaube ich Guter ich mir die Rüstung gemacht habe Ich habe aber ich habe überlebt Da hinten ist eine Blume auf jeden Fall Ich habe jetzt mal kurz wieder zugebaut Ok ja ich regge eben dann gehe ich da wieder rein in die Hülle des Löwen Die Hülle des Löwen Einmal YOLO immer YOLO ne Das kann man halt nicht ablegen Ja das ist eine Lebenseinstellung Ja ich bringe uns halt weiter und du machst halt die ganze Zeit Faxen Genau Das ist halt eine Lebenseinstellung Ist ja auch bestimmt richtig spannend bei mir zuzugucken Irgendwann muss doch hier wieder ein Aus Da wollte ich es gerade sagen Irgendwann muss doch hier wieder Licht kommen Boah Licht am Ende des Tunnels Ok dann töd ich Tod Denn die Blume kommen wir noch nicht ran Perfekt Echt nicht? Ne Schade Lalalala Lalalala Lalalalala Lalalalala Aber wir müssen uns einfach hier und da auf den verschiedenen Ebene nochmal reinbauen Um echt zu gucken Dass wir nix vergessen Ja ja natürlich Deswegen ich baue ja hier einfach so komplett ohne Sinn und Verstand einfach ab Auf der anderen Seite waren wir da Da ist auch noch ne Truhe Da waren wir auch noch nicht Auf welcher anderen Seite? Da geh ich jetzt hin In der Höhle auf der anderen Seite hoch raus Nicht die Seite wo unsere Leiter drin ist Sondern wo wir schon mal rüber geguckt haben Ach so stimmt Da hätten die Monster sich so ein Haus da gebaut oder so Da ist auch noch ne Truhe Oh Creeper Stimmt ich seh sie ich hab sie gerade gesehen Weil wir sind ja auch vor die Monster wieder Bei mir geht Wo bin ich denn jetzt hier? Spilett Boy Jawoll Hier ist ein Zombie Nein Jetzt hab ich nur noch eine Steinspitzhacke Kacke Aber die Folge ist auch gleich aus Ja komm Sprengt euch ruhig Hier ist eh der Grundstein So Wo waren das jetzt? Ich baue mich da quasi gerade hin Wo diese Du bist da schon? Wo diese Dudes am chillen waren in diesen Räumen Ja ja genau Da wollte ich eigentlich auch hin Aber ich bin irgendwie äh Falsch gerade Wrong way Alles klar hier ist einer Ich weiß nicht mehr wo es raus geht Boah ich bin gerade richtig erschrocken Ich dachte ich fahre runter Ich laufe mich immer wieder hier Keine Orientierungssinn der Phil Boah Jetzt hat mich ein Skelett abgeschossen Ich hab auch richtig Hunger Ich hab auch richtig Hunger Ich müsste mal was phrasen Ah ok Ok Siehst du wo ich bin? Ich glaub ich sehe den Namen ja Kannst du mir sagen die Kiste ist links von mir oder? Hier ist ein Block links von dir Ne warte Ne Ja ich weiß ja nicht in welche Richtung du guckst Also ich guck auf die Wand jetzt und dann ist es rechts von dir Ok Ja ich weiß was du meinst Genau wo ich gerade stehe Ja hier schießt mich halt ein Skelett ab so ein Pisser Ja ich weiß dass ich da Ok ich bin da Ok Und ist was drin? Stroh Melonenkerne Ja ja die sind gut Kann man aus Melonen nicht auch irgendeinen Farbstoff dann machen? Boah das weiß ich nicht Ne ich glaub nicht Hoffentlich schon Aber dann ist die Folge jetzt auch vorbei Gehe ich in unser Haus hier Ja ich versuche auch wieder runter zu kommen Yeah Dün 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 Oh noch ein Stück gefallen Hä wo ist der Eingang? Ach ja da Ja perfekt Geil Was ist hier drin? Gold Ich habe noch 10 Eisen Schmeiß das Gold raus Boah Ich mache unsere Dings einfach größer Hä ich habe doch gerade die Kiste abgebaut Nein ich konnte sie nicht mitnehmen sehe ich gerade Aber dann packe ich die Melonenkerne da auf jeden Fall rein Die Nuggets Ich weiß nicht Strohballen Ah Boah wir haben so viel Zeug Das stimmt ja Das stimmt ja Wir brauchen echt eine größere Kiste Ich mach mal schnell eine größere Kiste ok Mach mal eine größere Kiste Folge das noch zulässt Oh man so muss die doch Nein jetzt habe ich zwei Holz zu wenig Verdammt Ich habe Holz in die Truhe getan Ja ich hatte nur zu wenig leider Sorry jetzt habe ich aber genug So Boah das sieht richtig komisch aus wie die Kiste da steht jetzt Hä Ich schmier doch gleich mal an Oh ja Richtig unpraktisch Ja Dann mache ich hier das rein Ja und dann ist die Folge auch schon wieder vorbei Ja Und wir sehen uns einfach morgen wieder beim Film Autsch Machts gut Ich bin auch direkt rausgeflogen hier Das passt dann auf jeden Fall Geht den ganzen Daumen hoch wenn es euch gefallen hat Bis zum nächsten Mal machts gut Tschüss